Herzlich Willkommen bei Don't Starve Together mit Busch 1 und Busch 2. Bin ich Busch 1 oder Busch 2? Hallo. Das kannst du dir aussuchen. Okay, dann bin ich, ja. Du machst sie leer? Ich mach die Omi-Fälle leer. Äh, musst du nicht klicken? Achso, ja. Wir haben übrigens jetzt seit drei Wochen die Aufnahme. Das habt ihr natürlich nicht bemerkt, weil wir hatten nur Folge vorher, aber, ja. Deswegen wissen wir nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich glaub, wir waren hier dabei, als Busch ums Feuer zu satzen. Hey, ja, hey, ja. So, wir haben auf jeden Fall noch wenig Essen und genug Scheiße, so wie ich das sehe. Ja, mehr weiß ich nicht mehr. Dann haben wir mal die Scheiße ein und dann versuchen wir mal ein paar Pots. Wie haben wir davon? Weißt du das? Ich spüße gerade da unten. Vor allem 6. Dann können wir vielleicht noch ein paar mehr von der Schiene. Ja. Das war immer auch hier diese Aufnahme, oder, nein, diese, ja. Ich glaube ich habe Stein gesucht. Wo ihr gewettet habt, wie viele Folgen wir entschaffen. Ich habe dann mal so was zwischen 40 und 50 Folgen gelesen. Das war ungefähr die Vermutung, wie lange wir das aushalten werden. Wir sind immerhin schon bei Tag 11. Das muss man ja auch mal so sagen. Schon wieder. Teja vu. Was denn? Tag 11. Zum dritten Mal. Ich frage mich ja wann die Hunde kommen. Ich will es gar nicht wissen. Ich habe immer noch keine Waffe. Das ist mein Problem. Doch ich habe noch eine. Doch habe ich auch. Und ich habe sogar einen, was ist hier, Locksuit. Oh, wir sind hier vorbereitet. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Oh mein Gott. Seit wann sind wir vorbereitet? Das kann gar nicht sein. Evigelis auf Asenjagd. Wieso? Haben wir schon so einen Kochpott? Da haben wir noch eins. Ja, aber ich glaube wir müssen echt mal einen zweiten da hinstellen. Echt? Wieso? Ich weiß noch, wir streiten uns jedes Mal wegen dem Kochen. Ja, das gehört dazu. Die Fucht ist doch schon fertig. Ach komm, ich wechsle mal links und rechts. So, da sind die Schaufel. Ah, da gehen sie hin, meine Schaufel. Scheiße. Äh, ich habe nicht das Wort gesagt, ja? Also, ihr habt nichts gehört. Hm, hm. Ne, ne, haben wir nicht. Was hast du gesagt? Weiß ich nicht. Was habe ich gesagt? Könnten noch ein paar Mausefallen aufstellen. Ziemlich kreise, da passen auch einige hin, ne? Du kannst ja auch außerhalb vom Lager welche hinstellen. Ja, das mache ich gerade. Unterhalb da ist so ein Platz. Ohne Ende. Geh mal, ohne Ende. Irgendwie haben Rollstuhlge gefliegt. Ich habe mit vier Lobs. Ja, ich arbeite gerade dran. Ist ja gut. Ist er eigentlich schon fertig? Yes. Meatballs. Es gibt nichts über Meatballs. Hm, Meatballs. Ja, ich habe gerade mir Nasen gebraten und gedacht, oh, ich habe nichts zu essen. Und dann habe ich gesehen, da hatte ich Meatballs noch im Rucksack. Sehr gut. Läuft, Paul. Ich habe irgendwie eine komische Durian-Frucht. Durian. So. Mit weiß. Durian. Man saß jetzt so komisch über der Karotte, dass er aus, als ob er verkacken würde. God. Alles klar. Aber ich rieche gleich mit. Alles klar. Und dann muss ich eh schon wieder zurückkommen. Der ist fast schon hier dunkel. Oh, hier. Körner. Wir kacken. Körner. Wir auch. Körner. Wir auch. Körner und scheiße. Körner und scheiße gibt eine gute Suppe. Nicht. Nicht. Ich habe hier einen Kompass. Warum habe ich einen Kompass? Wofür ist der gut? Was macht der? Weiß ich nicht. Er zeigt dir, wo Norden ist. Nord-East. Oder so. Was? Nord-East? Nord-East? Ja, wir sind genauso verplant wie immer. Aber ich finde das eigentlich gut. So nur mit Wiki und Zeug spielen ist ja langweilig. Um das Lager herumgelatscht. Langweilig. Ja. So. Machen wir nochmal eine Runde Meatballs. Oh, die Ria kommt und wieder den Kopf puffen. Für sich für Anspruch. Irgendwas sagen. So. Körner. Komm, Meatballs. Ah, danke. Jetzt geht er weg. Ich bin schon weg. Ah, Meatballs. Ich bin schon weg. Mh. 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 Ja, muss ich auch sammeln. Oben links ist Stein. Oben links, ja, wenn die Nacht rum ist. Ja. Ich hau mal gleich, ich hau mal gleich, ich hau mal gleich mit einem, ja, oder hau nur einer rein. Einer müsste eigentlich rein, ich hab Kohle. Ich wollte irgendwas machen, ah ja. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen will. Ach Gott, es ist so lang her, jetzt muss ich schon wieder nicht mehr. Verdammt lang her, verdammt lang her. Wie es geht. Verdammt lang her, verdammt lang her. Aha, ich mach noch mal das Quatzen, ich mach noch mal teilen. Steuerung oder mit Shift, ne? Steuerung, glaub ich. Steuerung, ja. Das ist mir die Hälfte hier, damit ich auch was einladen kann. Oh, jetzt geht die Dark. Ich muss mich verstecken. Ich bin nur ein Busch. Super, jetzt sehe ich nichts mehr, wo ich die Kiste hinstellen wollte. Ich bin nur ein Busch. Ich bin nur ein Busch. Dein Busch Nummer 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr. Deine von beiden. Das ist Tarnmodus hier nachts. Nachts. Oh, da ist ein Busch. Weißer, am besten stehst du auf, flügst dich selber so ab oben im Kopf und dann isst du dich selber auf. Jetzt hat sie die Scheißkiste gar nicht hingesetzt. So, wie ist es denn? Liegst du oben, hast du gesagt? Oh, Tab drücken, ne, Tab drücken, Tab drücken. Ja, du läufst jetzt einfach hier im 45 Grad Winkel hoch, kommt durch Gras durch und da anschließend umfällt. Jetzt, ich muss da auch hin, ne? Alles klar. Was ist da unten? Books? Ich bin ja die Professoren, ne? Kann ich da machen. Ich kann da Bücher machen. Birds of the World. Und? Irgendwas anderes. Wofür die Bücher wussten, weiß ich nicht. Vielleicht mach ich die mal irgendwann mal Zeit. Ach, da oben ist Stein. Ich seh's schon. Steine! Ich arbeite natürlich, die hier ab, wo auch Goldball raus springen, wenn wir genug haben. Aber kann man nie genug haben, haha. Meinst du? Weiß ich nicht. Sag ich jetzt einfach mal, um was Kluges zu sagen. Ach so. Ich weiß noch nicht, ob es ganz so klug war. Ah, ich hab mich gesehen. Weiß ich auch nicht, aber... Wen interessiert's? Ich weiß noch mal keinen Stein haben, weil du die ganze Mauer schon gebaut hast. Ich muss noch mehr Mauer bauen. Die Mauer muss weg. Was meinst du, warum ich weiß, wo Stein ist? Ach so. Ich wusste, irgendwo war der Haken. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. In dein Problem? Das war bei Otto, ne? Egal. Ich schweife ab. Oh, mein Spielsack ist kaputt. Ich hab grad erst gebaut. Meinen ist auch kaputt gegangen. Die Sachen halten immer nie hier. Das ist total schrecklich. Was machen wir eigentlich aus dem ganzen Nitri... Nitri... Ah, Dingens hat was geschrieben. Auf den kann man was machen, aber ich... Geil. Hab vergessen was. Dann sammeln wir das mal weiter. Ich muss mal unter meine Videos noch mal gucken. Ansonsten bloß bitte unter dieses Video noch mal was aus diesem Nitrite macht. Äh Nitri... Nitre macht. Damit wir es wieder vergessen können. Genau. Damit wir es wieder vergessen können. Schalt doch morgen wieder ein, wenn es heißt, vergess nicht, don't starve oder so. Don't vergiss meinen nicht. Don't vergiss meinen nicht. Together. Alter. Ich krieg die Samen nicht aufgesammelt. Hier ist ein dunkler Stein. Das hab ich noch nie gesehen so dunkel. Egal. Abbauen. Das ist nicht explodiert. Schade. Ist das so ein kantiger Stein gewesen? Der war auf jeden Fall... Hm? Das musste jetzt Antwort reichen. Schon wieder der Spitzhacker kaputt gegangen. Ich hoffe ich hab genug, äh... Vielleicht drescht die Oma einfach zu fest drauf rum? Kann auch sein, ne? Nein, das ist meiner! Da will ich auch gar nicht hin. Achso. Ja, ich sammle Steine den ganzen Tag. Ich sammle Steine. Weil ich's mag! Weil hier bei einer Lagerweil sollen die ganzen Morsel abbauen wollen in der Zeit. Oh, aber auch Stein. Nein. Wir brauchen alle Steine. Wir werden so viele Steine holen, dass hier oben gar keine Steine mehr existieren. Ja, dann müssen wir da, wo wir gestartet sind hin. Das sind auch Steine, aber das ist wirklich arschweit weg. Egal. Aber hier gibt's nicht mehr viele Steine. Mhm. Aber ich glaub, dann haben wir auch erstmal eine Weile. Na, wo wir jetzt hier mit dem Mauro raus. Oh, schon wieder kaputt gegangen gibt's ja wohl nicht. Hä? In der Zeit hab meine eine gehalten. Vielleicht ist das so, dass meine bei mir die nicht lange halten. Warte mal, ich guck mal, jetzt hier noch ein Scheinchen drin. Deine Werkzeuge sind halt B-Ware. Kann auch sein. Ich wollt grad sagen, ich guck mal, wie lange ein Schlag, wie viel das abzieht. Aber hier ist kein Stein mehr. Ich kann kein Schlag mehr machen. Wir haben echt ernsthaft die ganzen... Alles weggemacht. Ja. Das war jetzt auch nicht so ein Riesenstein. Ich glaub, es gibt so einen Stein, wenn du den nicht mitgenommen hast. Ah, hier, hier, hier kommt gleich wieder mehr Stein. Wo bist du hin gerade? Nach links oben oder was? Links unten. Links unten? Interessant. Ich komm da gleich hin. Ich hab hier noch grad ein Steigen gesehen irgendwo. Da. Warte mal, was auf. Soll ich einen Schlag macht bei mir? Ähm, 3% weg. Du hast einen neuen Spitzsack geboren. Ja, dann kannst du mir sagen, wie viel Prozent ein Schlag von dir weg macht. 3%? Hm. Vielleicht hau ich einfach nur fest dazu. Oder du bist schneller? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab... Gut, ich hab grad als du da auch eingemacht, das hast du drei Stück gemacht. Oh, oh, Hunde. Komm, lass mal treffen. Komm, lass mal treffen. Lass mal hier Lager machen schnell. Wo bist du denn? Komm, komm mal zum alten Stein-Dings wieder. Da, wo wir grad waren. Kannst du kommen, oder? Ja. Wir sollten für die Hunde schon vielleicht zusammenbleiben. Ich mach mal hier so ein... Ach, ich hab hier 24 Holz, aber egal. Komm, lass mal ein Lagerfeuer hin. Mach mal ein bisschen... Ist auch noch zu früh für ein Feuer, aber... So, mein Rucksack schmeiß ich unten. Mach mir in die Hand. Also, jetzt wissen wir, ist Tag 12, kommen die Hunde. Nee, die kommen nicht immer gleich. Wir hatten sie auch schon mal zu einem anderen Zeitpunkt. Tag ist echt lustig. Verschick dich schnell! Mein Vogel ist auf den Rucksack. Ich hab mich verklügt. Nee. Hast du verklügt? Da kommen sie. Oh, die sehen dich. Oh, die sehen dich. Nee, doch nicht. Tarnung approved. Tarnung approved. Eindeutig. Ich glaub, wir sollten die jetzt hauen. Das sind so viele. Es sind vier Stück jetzt. Der hat mich geschützt. Guck mal. Oh, ABG. Oh, ABG. Oh, ABG. Wie kommt denn da? Alter, hörst du los drauf? Ja. Ja. Aber die hat super getankt. Ja. Bitte, also. Das war ja wohl richtig geil. Mein Logs wird ist noch bei 95%. Ich wurde nur einmal getroffen. Da, 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 da. 95%. Ja. Tarnung approved. Okay. Hat funktioniert. Machen wir jetzt immer so. Das war ja geil. Aber der hat mich mit dem Busch geschoben. Ja. Aber, aber, aber mit dir waren es nicht, aber mit der ganze Folge habe ich gesagt. Ja, ab und der ganze Folge. Wir machen jetzt schon wieder Schluss und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.